So Freunde, es geht wieder los. Wir sind jetzt bei, keine Ahnung welcher Folge. Toll, jetzt fängt es noch mal an zu pissen, äh. Ja. Heute mal auf Erkundungstour, würde ich sagen. Was für ein Scheißwetter. 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 Ja, bei dem Wetterchen, da mache ich lieber Modelswetter. halbe Segel halbe Segel Super, von Sturm jetzt in der Flaute und Nebel, na ist ja geil. Gut, den Kupfer hatten wir ja abgebaut, letzte Folge schon. Gut, den Kupfer hatten wir ja abgebaut. Dann fahren wir jetzt hier weiter rum, mal schauen was hier hinten noch ist. Gut, den Kupfer hatten wir ja abgebaut. Inzwischen hatte ich übrigens offscreen mir noch einen Hirschfellumhang und den Helm sowie mein Beinschutz auf Stufe 2 gebracht. Gut, dass ich jetzt Sargut schreibe, 31 Rüstungspunkte ab. Gut, das war's. Gut, das war's. Gut, das war's. Gut, das war's. Okay, also wie es scheint, geht die Insel hinten noch weiter rum. Okay, also wie es scheint, geht die Insel. 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 Okay. 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 Wow, also auf jeden Fall klein ist die Insel jetzt am Ende ja am Ende doch nicht meine Fresse aber schon Ehhh Kilios Das ist meine Idee. Ich nutze gleich mal die Gelegenheit um mein Bootchen zu reparieren. Das ist meine Idee. Was kommt die denn jetzt alle jetzt mit einer Daare? Was kommt die denn jetzt mit einer Daare? Was kommt die denn jetzt mit einer Daare? Treffer versenkt. So, Boot repariert. So. 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 Ich gucke mal nach, ob es da eventuell noch Bienen gibt. Oh, hört ihr das? Ich höre da Bienen. Oh! Oh! Yay, got the Beena. Thank you. Oh, ich hab die Befürchtung, hier geht's nicht weiter. Ne, jetzt nicht weiter. Schade. Das hier ist nur ne Bucht. Oh, da steht ein Troll. Das hier ist nur ne Bucht. Das hier ist nur ne Bucht. Das hier ist nur ne Bucht. Ich hab ein paar echt hübsche Fleckchen hier. Auf so einer kleinen vorgelagerten Insel jetzt zum Beispiel, wie da hinten, wo der kleine Hochstand jetzt eben war. Das wäre ja auch ideal für ne kleine Basis oder so. Okay, jetzt geht's wieder in Dunkelwald. Das hier ist nur ne Bucht. Boah, war halt mal riesen Fisch. Kurze, jetzt stopp, da gibt's Edelholz für lau. Das hier ist nur ne Bucht. 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 40 Edelholz. Na perfekt. Na, da machen wir Inventar da auch direkt mal ein bisschen leer. Das hier ist nur ne Bucht. Das hier ist nur ne Bucht. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ah, ich denke mal, das wird da hinten noch. rumgehen. Also wenn wir die Insel einmal komplett umrundet haben, dann würde ich sagen, ist die Folge zu Ende. Das könnte also noch ein bisschen dauern. Vielen Dank. Trollhöhle. 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 Wow. 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 Ah, ich denke mal zu der Insel da hinten wird es wohl auch irgendwann mal gehen. aber jetzt definitiv noch nicht okay dann wird wieder gesiegelt okay kurzer Rockler unbenutzte Assets entfernt aus dem Arbeitssprecher okay das scheint wirklich so zu sein unbenutzte Assets okay okay jetzt scheint hier wirklich rum zu gehen komplett ja dann würde ich sagen über eine halbe Stunde ich bin definitiv noch nur beide unterwegs sehen wir uns in der nächsten Folge wieder dann sehen wir uns ja lieber Lea ob es irgendwas Spannendes gibt dann hole ich euch direkt mit dazu ja dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge ciao ciao